Herzlich Willkommen beim 0-9-Minuten-Podcast. Mein Name ist Jan van Heusen, Journalistikstudent der TU Dortmund und nun erfahrt ihr das Wichtigste aus der vergangenen Woche des BVB. Ein arroganter Auftritt am Samstag gegen den VfL Wolfsburg. Teilweise. So sah es der Sportdirektor des BVB, Sebastian Kehl, die Leistung der Schwarz-Gelben. Seiner Meinung nach war an der einen oder anderen Stelle zu viel Hacke und Spitze mit dabei. Ob dieser Auftritt wirklich als arrogant gewertet werden kann, darüber kann gestritten werden. Jedoch nicht über den Fakt, dass die Borussia mal wieder nach einem schön engagierten Auftritt einen weniger glanzvollen Hingelegt hat. 1 zu 1. Nur 1 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg, welcher in dieser Saison keine große Rolle bzw. überhaupt gute Saison spielt. Dies ist natürlich zu wenig für die Ansprüche des BVB und seiner Fans. Abgesehen von dem Ergebnis war auch der Einsatz und die Spielfreude, welche noch in der vorherigen Partie gegen den SC Freiburg zelebriert wurde, kaum bis gar nicht zu sehen. Über weite Strecken zeigten die Dortmunder unaufgeregten und ideenlosen Fußball, welcher es nicht verdiente, mit drei Punkten belohnt zu werden. Der Ballspielverein konnte sich sogar glücklich darüber schätzen, dass die Wolfsburger mehrere Chancen vergaben und Gregor Kobel sie im Spiel hielt. Sollten sie im kommenden Spiel in der Champions League ähnlich agieren, kann es böse gegen die Niederländer aus Eindhoven enden. Diese sind nämlich derweil unangefochtener Spitzenreiter der Ehrendivisee mit 62 Punkten aus 22 Spielen. Sie genießen 10 Punkte vor dem zweiplatzierten Feyenoord Rotterdam. Die ungeschlagene Truppe, welche von dem ehemaligen BVB-Coach Peter Bosz geführt wird, gewann erst letzten Freitag wieder mit 2 zu 0 und wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch bezüglich der letzten Leistung des BVB keine große Angst vor den Dortmunder verspüren. In Pflichtspielen traf der BVB nur 2002 auf PSW. Hier gewannen die Schwarz-Gelben eine Partie und bei der Letzteren trennten sich beide mit einem 1 zu 1. Sollten die Borussen spielen wie am Wochenende, kann aus dieser positiven Bilanz sehr schnell eine ausgeglichene werden. Sollten sie jedoch wieder auf ihrem Niveau der vergangenen Spiele der Champions League spielen, könnte der BVB auch mit 3 Punkten nach Hause fahren. Nun zu den Statistiken des vergangenen Spiels. Die Dortmunder liefen erneut weniger als ihr Gegner. Insgesamt über 5 Kilometer weniger als die Wolfsburger. Beim Ballbesitz waren die Borussen wieder klar führend mit 64 zu 36 Prozent. Bei den Torschüssen waren sie nur minimal besser mit 12 zu 11 Torschüssen. Laut Kicker waren die Spieler mit den schlechtesten Noten des BVB Brandt und Sancho mit einer glatten 5. Die beste Note beim BVB bekam Niklas Süle mit einer 2 Minus. Das nächste Spiel ist am Samstag, den 20.02. gegen PSW im Philips-Stadion in Eindhoven. Anstoß ist um 21 Uhr und die Partie überträgt Prime. Die nächste Bundesliga-Partie ist am Sonntag, den 25.02. zu Hause gegen Hoffenheim. Anstoß ist hier um 17.30 Uhr und diese könnt ihr im Stadion oder auf The Zone verfolgen. Nun zu den Stimmen zum Spiel. Nico Schlotterbeck sagte, wir wollten das Spiel gewinnen, hatten aber nicht die klaren Torchancen. Wir hatten ein paar einfache Ballverluste. Das 1 zu 1 hat unseren Rhythmus unterbrochen. Gerhard kommt mit Schwung. Das war ein ärgerliches Gegentor, das nicht sein musste. Es ist aber nicht alles schlecht. Auch wenn wir ganz klar heute nicht unser bestes Spiel gemacht haben. Wir haben zwei Gegentore kassiert in sechs Spielen. 14 Punkte geholt. Wir stehen defensiv recht stabil. Das ist für mich als Abwehrspieler wichtig. Wir müssen in Eindhoven und dann gegen Hoffenheim einiges besser machen. Edin Terzic sagte auf der Pressekonferenz, wir sind weder mit der Leistung noch mit dem Ergebnis zufrieden. Ich finde, dass wir ganz gut ins Spiel gekommen sind und ein schön herausgespieltes Tor erzielt haben. Wir haben es nicht geschafft, diesen Rhythmus hochzuhalten. Bereits gegen Ende der ersten Halbzeit haben die Wolfsburger ein paar richtig gute Chancen herausspielen können. In der zweiten Halbzeit war es ein offenes Spiel. Ganz zum Schluss hatten wir noch Möglichkeiten. Insgesamt hatten wir mehr vom Spiel. Wolfsburg aber die klareren Torchancen. Wir waren zu passiv in vielen Phasen des Spieles. Nun zu den News. Wie Sport1 berichtet, gibt es gute Nachrichten für den BVB. Borussia Dortmund kann im 8. Final Hinspiel der Champions League bei Eindhoven doch oft Daniel Mahl und Rami Benze Baini bauen. Dies gab der Klub am Montagvormittag bekannt. Der vorgesehene Schiedsrichter gegen PSV Eindhoven wird der Serbe Sradan Jovanovic sein. Laut Berichten der Sportbild rechnet Jadon Sancho selbst nicht damit, über den Sommer hinaus beim BVB zu bleiben. Er sieht vor, bis zum Saisonende weiterhin im Mannschaftshotel La Arrivé zu wohnen. Ian Marzen hätte sich hingegen anders entschieden. Dieser wohnt nun in einer Wohnung am Phönixsee. Hierbei handelt es sich jedoch nur um Indizien. Wie der weitere Ablauf der beiden Spieler sein wird, ist derzeit noch ungewiss. PSV-Trainer Peter Bosch äußerte sich enthusiastisch über seine Mannschaft. Das ist die beste Mannschaft, mit der ich je gearbeitet habe. Und ich mache das schon ein paar Jahre. Trotz seiner Vergangenheit beim BVB zeigte er wenig übermäßige Vorfreude auf das bevorstehende Duell. Ich war ja nicht so lange in Dortmund. Ich respektiere den Verein, will ihn aber schlagen. Auch der in Nürnberg geborene Deutsch-Amerikaner Malik Tillmann hoffte auf einen Coup. Er betonte, den BVB hätte es, glaube ich, schlimmer treffen können. Also vom Namen her. Aber ich will uns auf keinen Fall kleinreden. Dortmund wird schon sehen, was hier passiert, sagte der einstige Bayern-Profi dem Kicker. Es bleibt spannend, wie sich das Spiel entwickeln wird. Die zweite Mannschaft gewann gegen den SC Werlen mit 5 zu 2 und steht somit auf dem vierten Platz der dritten Liga. Die Tore für die Dortmunder schossen Semic, Urogov, Elongu-Jombo und Eberwein. Die U19 gewann ebenfalls bei Viktoria Köln mit 4 zu 1. Die Tore schossen Krebsson, Kempel, Brunner und Wethjen. Nun zur eigenen Meinung. Der BVB hat am Wochenende mal wieder sein diesjähriges Gesicht wunderbar präsentiert. Ich würde zwar nicht sagen, dass dies arrogant war, dass sie Wolfsburg bestimmt nicht unterschätzt haben, aber unengagiert trifft es schon gut. Denn weite Teile dieses Spiels waren sehr, sehr langweilig mit anzusehen. Ein weiterer Indikator, der dafür spricht, dass es unengagiert war, war, dass sie über 5 Kilometer weniger gelaufen sind, was schon eine Aussage für sich ist und keine positive. Der BVB sollte eigentlich, auch wenn sie relativ hohen Ballbesitz haben, wie sie das fast in jedem Spiel haben, trotzdem mehr als der Gegner laufen. Weil dies zeigt ja auch, dass du mehr reißen möchtest, dass du das Spiel gewinnen möchtest. Und dann solltest du die Kilometer auch ransetzen. Mehr Pressing spielen, mehr versuchen. Natürlich, wenn du den Ball hast, hast du automatisch mehr Spielzüge, wo du ein bisschen mehr stehst aufgrund der Pässe etc. Aber wenn es dann wieder dazu kommt, dass du den Ball verlierst, dann Press, wie in den alten Klopp-Zeiten. Damit du halt die Kilometer auch aufs Feld führst, damit du auch am Ende nicht sagen kannst, okay, sie haben weniger geleistet. Weil ohne diese Statistik sich anzuschauen, wenn man fast jeden BVB-Fan fragt und haben sie sehr engagiert gespielt, denkst du, sie haben wirklich alles dafür getan, um zu gewinnen? Werden dir, denke ich mal, die meisten sagen, nee, ich denke nicht. Und die Statistiken geben ihnen recht. Und gegen PSV Eindhoven wird es sehr schwer. Peter Bosz, welcher für seinen offensiven Fußball bekannt ist, hat bestimmt richtig Bock gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, der ihnen wenig Zeit gegeben hat, zu zeigen, was er drauf hat mit seiner Mannschaft. Und sollte Borussia Dortmund spielen wie zuletzt, werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren. Wenn sie so spielen wie in der Champions League sonst, könnten sie vielleicht was rausholen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche.